Musik Musik Hallo Ja Was? Ich hab gesagt Hallo Ja ich hab gesagt hey was Du besuchst mit Dreschen Ich versuch nicht zu Dreschen Druck Arsch Ich versuch die Scheiße aufzumachen Was? Ich seh nix Neue Tastatur aber ich seh nix Ja neue Tastatur mit Tastenbeleuchtung oder ohne Mit Tastenbeleuchtung Oh dann ist doch gut Ja Marke Boost Hast du eine GXT280 Jep Ja Ich glaub ja alles Ja gell So jetzt muss ich hier Dreschen Mh Bis zum Strum machen Jaa auf dem alten Heim hier Ja ja und am Fluss Den Namen kann man immer noch ändern also Ist jetzt nicht festgelegt Ach Also hier noch besser als das Reiche Oder nicht Baselheim Nachts auch Ach hätt doch auf mit dem Basler Sankt Güllerheim Was willst du mit dem Basler? Ja Zürcher Jetzt fahre ich mit Berner Komisch heut nett In meiner Klasse 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 Ja das ist doch scheißegal Zuckerm Freunde gibt's doch eh nicht mehr Ähh Heißt halt sie das gibt's ja jemanden Dann heißt sie das gibt's ja jemanden Dann heißt sie ja und Es gibt ja nur noch die Gruppe Es gibt ja nur noch die Gruppe Du musst das mal schriftlich Mit Unterschrift auf dem Blatt okay schreiben Ja und dann noch mit der Ja und dann noch mit dem Familiensegel Ja und dann noch mit dem Familiensegel Nein über den Trant Nein danke Wieso nicht? Hast du ja Zeit? Hast du Ferien? Ja Ferien sind bald fertig Ja wann? Nicht Endwochschule oder was? Nein übermorgen Ey ja frei Ne Dann Das heißt du musst am Sonntag wieder arbeiten Am Sonntag? Hallo Sonntag ist heilig Werd nicht gearbeitet Ach stimmt das da Ne Doch Ist der erste Advent Ja Advent Advent ein Licht Advent Ey wenn man Zeit eigentlich nicht Und man wieder liest Weiß nicht Hoffentlich nicht mehr so spät Wer ist spät? Wer ist spät? Am Abend Wer ist spät? Ja wenn dann am Sonntag Ja Was machst du am Sonntag? Aber ich muss jetzt am Wochenende nicht nach Gisthal Jaja Wenn's vor 5 Uhr ist oder vor's dunkel ist dann kann ich runterdüchen Aber sonst Warum hast du dann Hausarrest? Ne Ich fahr nicht gerne mit dem Mofa wenn's dunkel ist rum Ja du armes Ding hast du Licht am Mofa oder? Mofa Ja aber weißt du wenn ich dann nach den Weg suchen soll denn dunkel weil ich nicht genau weiß wohin Ja du armes Ding Ja ich hab jetzt gemerkt ich muss nicht mehr nach Frenkendorf raus ich kann weiterfahren Ja du Da fahrst du nach Füllen Ne Frenkdorf Füllenstorf Nein da fahr ich nach Liesthal Ja Liesthal ist vor Füllenstorf Soll ich in Füllenstorf wenn ich nach Liesthal muss? Ja Frenkendorf das vor Frenkendorf Da muss ich doch gar nicht raus Ne Das heißt du bist bis jetzt immer zurückgefahren sozusagen Nein ich bin immer in Frenkendorf raus Ja und jetzt geht's immer bei Liesthal raus Ja weil das näher ist Da gehst du ja wahrscheinlich raus wo Okay Ah nicht von der Schnellstraße Ja wer holt denn jetzt von euch das Stroh ab hier Der Hanswursch ich hab gar keinen Ladewagen Wie soll ich das machen das so schwarz wird Ich heiße wieder Hanswursch Ist eine Beleidigung ne Das gibt's nicht Ich komm nachher pressen mir Was willst du pressen? Bäh pressen weil du das bekommst du dem Kind oder so Ja Ja Pressen Ja und wo ist denn Du hast ja schon geschrieben Ja wo ist doch pressen Nein Ey ne Video Jetzt geh ich pressen pressen Und irgendwie so was hast du mal gesagt Da hab ich ja gedacht Oh ne it's you Das ist stupid Es heißt pressen hallo Ja Ja Habe man keinen Zweifel Dein Vater sagt auch pressen gehen Nein Ich geh' nur Portal Pressen mit BEEN Ja, ihr seid der Basler-Gil. Jo, das bist du, du Aargauer. Ja, geil. Jetzt kommt der auch noch. Was ist denn jetzt? Ey, das ist geil, weil wir sind ins Lager gefahren. Mit einem Car oder so einem grossen Bus. Dann sind wir im Stau gewesen. Auf dem Pannstreifen. Wo gibt's keinen Stau? Ja, wo gibt's keinen Stau? Dann ziehst du auf dem Pannstreifen Aargauer und Berner. Ja, klar. Äh. Ja. Was macht der Zier-Shot? Der guckt zu und steigt aus und macht Fotos. Ja. Riechen fünf Kilometer Stau. Dinge. Was heißt AG? AG. Am... Arschgesicht. Nein, Achtung, Gefahr. Nee, Arschgesicht. Z-Hartes will ich gehen. Ja, wer tut mich abtanken? Hier keiner. Und WL? Blöder Löhli. Nee, beliebt, Depp. Ich bin blöder Löhli. Blöder Löhli. Ja, ich hab was gefragt hier. Es geht supergut. Es geht supergut. Es geht supergut. Ja, ich warte jetzt einfach hier. Bist mir jemand. Ja, mach da mich. Holte doch einen Träger und einen Hänger, du Hirsch. Ich mach's. Eine Frau, die werde ich gerne Träger nehmen. Ja, ich soll Träger nicht abtanken. Ja, ja. Du beides machen. Du bist jetzt zu faul, Mann. Du und mir haben nur einen Kopf, zwei Augen und zwei Ohren. Nein. Und einen Mund und eine Nase. Ich muss doch wieder was geben für die Disliker, weißt? Nahrung geben. Nein. Wieso bin ich am aufnehmen, oder was? Nee, wie kommst du drauf? Nimmst du ernsthaft drauf? Scheisse. Wir reden Schweizerdeutsch. Nein. Es ist voll am aufnehmen, gell? Ich brauche doch Frischfutter für die Disliker. Also weisst du, ohne Grund auch. Das Beste ist, sie sagt nicht mal was. Jetzt können wir irgendwelche Scheisse labern, sonst ist es im Internet drinnen. Das kannst du laut sagen. Wenn du so kannst reden, kannst du in die Politik gehen. Alles, ihr geht jetzt alle in die Politik und reden so, gell? Ja, jetzt kannst du mit der Gehen. Ja, wenn du richtig deutsch... Nee, weisst du, ich bin jetzt im Video drinnen. Hallo, ich bin jetzt in mir auch kein Video drinnen. Hallöchen zusammen. Hallöchen von Kirchen. Nahrung, Nahrung. Also hier bist du eh nur Scheisse gebaut. Ich glaube, ich sterbe. Ja, schön. Der hat der Staat unter dem Dingsbums wieder schön viel Geld verdient, muss dir die Rente nicht mehr zahlen. Du hast nichts zu tun, Simon. Wolltest du nicht Stroh holen hier? Das kommt doch mit dem Helfer fest. Nein, sie fährt nicht mit dem Helfer. Der hat doch keine Zeit. Der muss hier Gras holen. Ich komme dann schon ein bisschen... Nee, wir können abtacken, hat sie gesagt. Nein, das ist schon erledigt. Was? Ich habe sie jetzt abgezapft. Ist schon erledigt. Ist schon erledigt. Jetzt kommt ein Kürlimann fahren. Der Kürlimann ist voll cool, du. Der freundliche Helfer war schon da. Der freundliche Helfer... Wo ist mein Lohn? Ich bin doch mal 380 Franken in der Stunde. Ja, ich habe ja kein Geld. Ich bin Schweizer, ich habe nur 3 Millionen. Ja, ja, ja. Komm, lass mal ein... Lass mal von der Tür rüber wachsen, du. 100.000. Das einzige, was bei mir wächst, ist das, was du mich siehst. Ja, ja, ja. Die Dislike an. Immer viel Dislike an. Weil wir nicht aufnehmen, ohne Vorwarnung. Nein, Disliken ist immer gut. Das heisst nämlich, dass andere eifersüchtig sind. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, oder weisst du, es gibt auch solche Leute. Oh mein Gott. Andy, du musst aufpassen, sie nimmt auf. Das ist doch mir die Pesigart. Das darfst du nicht einfach so rausklappen, das ist nachher im Internet drin. Das ist aber ein Schweizer Video. Das kannst du dir nicht sagen. Das muss doch schon... Hier, Schweizer Made, eh. Made in Schweizer Land, eh. Jetzt fehlt nur noch Heidi und der Albee. Oh mein weh. Was habt ihr genommen? Jetzt bin ich kein Heidi mehr. Also das will ich auch... Hallo, das will ich auch, was ihr nehmt. Was ist ihr nehmt? Er hat's draußen das Kokain noch nicht gesehen. Das weiss es als Kokain. Ja, was ist denn das? Kruzifix noch einmal. Jetzt bin ich irgendwie hängen geblieben. Also bist du hängen geblieben? Ja, ich weiss es jetzt auch nicht, du. Oh Gott, Andy, Hilfe. Nein, ich helfe nicht bis Selbstschuld. Andy, du musst jetzt auch Schweizer Hochdeutsch schreiben. Was kann ich denn für? Schweizer Hochdeutsch? Ja, dass du das aufnimmst bis Selbstschuld. Jetzt habe ich gerade gesehen, wo mich eine Kette an Dreschen tut. Tut tut tut. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil da unten hätte ich das nicht erwartet. Hättest du es nicht erwartet? Nein. Das finde ich aber ein bisschen blöd. Schau mal die Strohschwarzen an. Strohschwarzen? Du meinst die Strohmädchen? Weisst du Mädel? Ja, die Mädel. Das ist aber schon ein bisschen dumm. Könnt ihr nochmal? Wer weisst, das ist Schweizer Hochdeutsch? Wir sind ja nicht im Fernsehen. Das ist ja nicht unser Video. Das ist ja nicht ein Video. Das ist ein Video ohne Form. Wir machen ohne Form. Ein Video. Ja, das Video. Wie du jetzt bei Amazon? Nein, oder? Ich glaube, ich glaube... Schau dir mal was an. Anheide Mieke. Lässt einfach das Scheisswerk rund. Bei Hundrehen oder was? Ja, beim Hundrehen. Das klingt doch nicht. Weisst du, Frau am Steuer. Ja, das ist doch... Ich glaube, ein Städter fährt hier mit einem Ädrischer. Oder ein anderer würde sagen. Ein Häcksler. Das muss man ganz viel hören. Du nehm, das würde passen. Wacht doch mal noch, Mann. Ich bin voll mit Schokolade. Das sind 66 Kilowatt. Unterhaltskosten 270 Dollar oder Euro oder sowas. Toller? Ja. Toller? Toller. Ich bin hier mit Zurbricken, eh. Zubricken oder Zurbricken? Magst du das in deinen Videos aufgeschoben, Frau? Ja, manchmal schon. Manchmal habe ich auch einen Schuss in der Birne. Ja. Nicht nur einen. Mia, was hast du dir wieder für zu trinken gekauft? Die Sicherungen sind durchgeknallt bei dir. Ja, ich habe zu viele Maps gesehen, weisst du. Oh, jetzt muss ich halten, weil meine Presse muss da hinten was rauskacken. Ja, du nehm war immer schön press und press und bis ein Köpfchen rauskommt. Ja, guck mal diese Scheisskacke, die da rauskommt. Also Mia, wenn läst du eigentlich das Video hoch? Also jetzt ist ja der 26.11.2015. 19.57 Uhr. 19.57 Uhr. Ja, kruzifix. Und jetzt? Das kommt vielleicht nächstes Jahr, wenn die Steuern gesunken sind. Dass du wieder Internet bezahlen kannst, oder? Ja, dass Google wieder Geld einzacken kann. Nein. Ja, nein. Die haben mir einfach mal 40 Franken geklaut. Nein, das haben mir 80 Franken. Und die? Und die irgendwie voll geschockt haben? Oder Andreas? Was hast du denn mit dem gemacht? Ich? Ach du! Warum nicht? Ich habe ein bisschen zu viele schwachen PC gehabt. Hey, ist das jetzt mein Mann oder deiner? Da fragt sich ja, wie man... Also ich gehöre nur mir, gell? Bis ist er. Wann ist denn, Turnen war verkäuflich? Ja, hab ich auch. Seitdem, dass ich da bin. Wo ist denn da mein Lohn? Der wird bei Ebay verversteigert. Beim Ebi? Ibi! Beim Ebi! Oh, seitdem, dass ich da bin, ist das so. Oh, ich habe heute ein Emil gekriegt, ne? Ich kenne einen, der hat sowas geredet. Das war so ein... Ja, so ein... Bauer halt, ne? Hey, kannst du mir helfen? Ich habe heute Probleme gehabt mit meinem Emil. Was interessiert mich, ist dein Emil? Emil! Emil! Kennst du doch das PC, weisst du, wo man schreiben kann? Emil halt. Ja, Emil. Emil! Ja, das ist Emil! Emil! Oh mein Gott! Oh Gott, ja. Ja, das sind halt... Ja, die noch nie ein PC gesehen haben, ne? Emil! Hey, ich habe jetzt halt meinen PC in den Stall genommen, weil ich eine Emil bekommen habe, ne? Ja. Ja. Ja, du darfst ja da den PC auch noch hier ins Bett mitnehmen. Ja, natürlich. Hey, tun wir mal, du Vogel! Was? Wieso ist der Animations... Äh... ...der Ausladeträger vom... ...vom Aussendingsbumsteil? Ja, von der Ausdingste da! Ja, von der Ausdingste, weisst du? Wieso ist die Ausser... Ey, ist die in der Kuhweide drinnen? Weiss... Aussenkippen, was wäre ich denn da, Paul? Weisst du was? Steige in meinen Träger und sehe du, wo du diese Triggering gemacht haben. Ja, da ist... Da habe ich dich gesehen. Was? Was ist denn da? Hier, wo ich stehe, ist dieser Kacktrigger. Ja, das... Dein Sohn heisst Paul. Ja, ja, kruzifix, jetzt ist das scheiss dick umgedreht. Ja, was ist denn das? Der ist sowieso zu gross, ne? Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe! Ja, gell! Das muss man ein bisschen schleiter machen. Ich seh's jetzt schon. Ob ich sowas... ...lebisch zu sein. Blödmann, Blödmann, Simon! Simon, du behinder... behinder... Komm mir ja her! Ich würde jetzt das da rein... Kipp das hier rein, du Penne, du! Wieso? Penne, du! Penne, du! Sonst da hinten hat's ein Fahrsilo für... für Silasche. Kack dir mich aber an, ich will das Türen frisch vorlegen. Echt, die können ja frisch fressen auf dem Graswiesen da hinten. Ab dem Abend sind alles verschissen und abgegrast. Nichts beschissen! So nichts beschissen! Nein, Alter! Könnt ihr doch... Da sitzen die Richtigen zusammen erst. Immer drauf. Am besten in den Sack rein. Da trägst du immer den Richtigen. Jürgen ist eh wie da. Jürgen ist eh wie da. Jürgen ist eh wie da. Du bist ja so ein bisschen im Arfköln. Wieso rumschreit einer? Wie schreie ich rum? Wir reden nur. Ich bin voll schockig. Das auch viel, ne? Mia Katze nimmt auf ohne Vorwarnung. Ja, das ist aber ein Bus. Ein Bus. Ne, guck dir das an hier. Der Phil ist da. Phil ist da. Ja, der Ossi ist da. Guck dir das an. Wo will denn du das an gucken? Grüezi, ich bin der Phil. Ja, grüezi du Philippine. Ja, Mia Katze fahr du ein bisschen. Ich muss sie pressen. Auch Mia Katze könnte dann in den Spielen realistischer fahren. Weisst du, schön mit der Strasse. Hey, Schi-Schi-Schi, Mann. Wir haben ein Problem mit den Ballen. Wir können die nicht aufladen. Oh, Probleme. Warte ist und geht mir gleich rüber. Ach, Schatten. Nein. Ich sehe jetzt schon den Titel von Video. Klapsmühle 0.1. Wir sind die Klapsmühle nicht normal. Ne, 0.1. Wir sind die Klapsmühle nicht normal. Ach, die Tunba geht weg. Ach, die Tunba geht weg. Oh. Phil macht das Z2 vorne drauf weg. Nein. Nein. Gibt es nicht mehr. Nein, nein, nein. Was willst du? Einen Stripper willst du haben? Was? Nein, du! Ja, aber Phil, du hast mir vorhin was ganz anderes gesagt. Also gestern. Also nein. Immer wieder sprechen. Also ich muss dann auch wieder so reden. Ich bin ja Politiker geworden in der Schweiz. Schon. Ich habe Millionen verdient und ich tube und mache immer noch weiter. Ja, meinst du mich nicht? Dann hörst du auf. Aber wieso soll ich aufhören? Dann redest du normal wie andere Leute auch. Ja, grüezi. Ich bin Simi. Boah, heils Maul. Ja, wie er hat es gesagt, ich soll normal reden. Das fühlt mich normal. Jeder andere auch. Oh, Deutsch. Germany. Hör mal, behalte doch einfach mal die Schnauze. Ruhe auf den bittischen Plätzchen hier. Oh, Jo, ich mach deine Erbsorge. Also ich rede jetzt wieder Hochdeutsch. Oh, wieder normal. Danke. Jetzt muss ich mir wieder angewöhnt Hochdeutsch zu reden. Ja, gern. Oh, das ist wohl, Tati, meine Ohren. Oh. Spätestens wenn der Junva da ist dann immer. Weißt du mir. Du bist die ganze Zeit unter Schweizer. Dann bist du froh, wenn du das nicht mehr hörst. Äh. Logisch. Äh. Nein, aber so geschwollen bestimmt nicht. Geschwollen? Du musst dein Alts angeschwollen. Es ist Hirnweich. Es ist Platz bald. Ja, aber es ist schlecht. Ich sag eigentlich schon längst im Bett. Wär du. Ja. Gute Nacht. Nein. Diesem hier will ich abschaffen. Abschaffen, ja. Abschaffen. Gernschaffen. Sie will mich abtreiben. Abtreiben? Ne, ist schon zu spät. Wie lange? 15 Jahren oder so? Ja. Hey, Uli, ich hab was zu sehen. Ich hab was zu sehen. Also ich find's bedeppert. Aber sie ist kein Musik. Wer ist bedeppert, du? Ich hör dich fast nicht. Ich weiß. Das ist so ein Zweck dahinter. Weißt? Ach, es ist auch noch ein Zweck? Ich hab's doch lustig. Hä? Ich hab's bescheuert. Ich hab's bescheuert. Wär's bescheuert. Nee, ich hab ja auch bescheuert, also. Hey, die Grobe ist doch bescheuert, also, passt doch. Der Einzige der bescheuert ist mit Ruhe. Na, ich muss aber bröller wegger Litier, baa. Ja, du musst. Ja, du musst dein aber auch recht viel Hochdatschreden. Nein. Nicht so mischmasch. Ich red immer so. Ja, kappikiert. Ja, aber du musst richtig, weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Unser Internet bleibt im Moment stabil, deswegen. Stabil ist das einfach. Stabil? Stabil, ja. Das war die ganze Zeit labil und jetzt ist es stabil. Im Moment. Stabil. Mal gucken, wie lange. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Wo hat sich da Tunikać hängt? F... der ist zu Paul. Paul? Der hat sich die Kugel nach oben. Paul! Nein, es gibt einen Platz und rennt seine Fetzen nach. Herrlich. schenken abgabte das ständige da auch der Frischfutter in Deutschland also ich war ich lasse es hier die Verstehen 8 aber was die Generation weiterführen welche Generation haben Darm 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 da hat er gesagt wird er die 11 Prozent und um die Duden gleich mach ich kiekt Kiki dann geht er weiter in der Neu-Karren an der Angelegenheit und das ist nur in der Städte die Wurzmann schon weggeauft was ist das so was auch nicht gehandelt ich bin ich meiner Werte es war ja meine Tastatur er hat die gleiche richtig laut alles ich muss gerne den Mann ich wusste nicht nur dass du sowas hast was die Lichter schreiben würde ich das Spiel würde ich dann das so ich bin ich bin was hast du mit der Tastatur Schwarz GX D2 da und da bis zur Koppel es fängt der Elitrix der Schmick gestern geleistet die oder die die Schmier Mia Mia hat Mia Mia hat mir ein geschenk gemacht BAMZ 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 BAMBAMZ jetzt klingt doch auch schon in der Fantasieberg hä? jetzt klingt doch auch schon in der Fantasieberg oder? däh ahhh wer ist das? Da hab ich bestimmt Yogi, plättchen gleich. Was will der Yogi machen? Ich hab mich jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Jetzt red der Andy aus so komisch. Der ist echt da. Da hab ich grad das Echo des Todes. Oh je, Andy. Ja. Dann komm du nicht mehr. Der kommt dann schon. Nee. Ich weiß noch, wenn er erscheint, ganz egal. Was denn? Äh, später mal noch ein Battlefilm. Äh, ich weiß nicht, ob das selber da ist. Das ist ja nicht noch da. Ja, er hat gesagt, äh, nichts bezahlen. Was? Ich tüte euch. Nein. Wie ist das? Ich hab gesagt, wir müssen, äh... Äh, Simon, ich hab dir gesagt, ich hab die blaue nicht drin. Hast du gesagt? Äh. Wann? Chef. Andy, heute bin ich nicht mal wieder was los hier, ne? Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, ihr wart ja gestern nicht da. Die letzten Mittagern waren die und ich. Ja. Ja. Wenn man kein Internet hat, kann man ja nicht kommen. Das sind wunderbar kein Hindernis. Also mir, wenn ich kein Internet mehr habe, wo die Mutter nicht mehr geht, dann hab ich Hotspot. Nee, ich hab seit gestern Morgen, äh, ne ganze Flasche, äh, Hustensirup getrunken. Was? Ja. Bäh. Boah, es ist so ekelhaft, ob ich, naja, was willst du machen, ne? Nicht trinken. Doch. Nee. Nicht stressig, es ging ja nicht weg. Der Husten. Ich bleibe, wir mussten, also hab ich eine ganze Flasche Sirup getrunken. Ich war heute Morgen nunfachidiot, ne? Naja, was war schon Idiot? Mein Fachidiot war ich. Und, äh, der hat so gesagt, ja, du musst in Kuh, ich hab mir, ich hab mir an Gop getippt, und hab gesagt, du hast mir alle, ich bin in den Klasse, ich mach mein Abschluss im Mai, da fahr ich jetzt nicht drei Wochen in Chur. Oh, das wär auch was für mich in Chur. Äh, ne, 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 du brauchst jetzt bestimmt keine Chur, gell? Ich brauch die Schwanz-Chur, oh. Doch, gut, das ist die Erholung-Kur für dich. Äh, ja, gut, ich muss sowieso alles alleine machen, also spielt es auch keine Rolle, aber... Das stimmt gerade. Äh, ja, ich sag tschüss. Ich sag tschüss. Ich sag tschüss.